sehr schön stück für stück zum glück immer wieder und töten mal eben den sesquash hier ja genau so war das dann gehen wir zu unserem meditations punkt und können uns dann wieder verschiffen sagte so wohin nun da ist kein ding mehr hier wäre noch mal immer mal dahin fort carlin guck mal was uns hier erwartet was für ein gerücht stimmt alle feinde wieder da und nicht mittendrin statt nur dabei mag den ich sagen so wir müssen da hoch das heißt wir müssen alter echt die steuerung da hat sich was drin versteckt in der kleinen hütte irgendwas blutbares was zum scannen ich höre dich bd mal sehen bd ist ja auch ein ziemlicher scheiß name für den roboter so kurz die lage checken von der ebene her passt schon einigermaßen gehen wir da mal ja eigentlich noch höher ein stück müssten wir noch höher da hoch so was mit klettern mal da drüben ja genau so war ein bd im wahrsten sinne des wortes ein scheiß name bin ein vogel da kann man rein der heller juhu der satan persönlich finkus gore Was ist hier los? Still. Wir dürfen sie nicht wecken. Sie brauchen ihre Ruhe. Oh, ein Psychokiller. Für die Übernahme durch die Meister. Die Übernahme durch den Unsterblichen. Ravis, du reparierst Droiden für die Raiders. Ich hole die Kleinen aus ihrem Schlummer. Die Zusammenarbeit mit... Du willst diese Droiden nicht an Ravis verkaufen. Ach. Nein? Nicht vertrauenswürdig. Du kannst die Früchte deiner Arbeit nicht den Raiders anvertrauen. Nein, ich kann die Kleinen nicht den Raiders anvertrauen. Kommt, meine Kleinen. Wenn meine Arbeit beendet ist, finden wir ein neues Zuhause. Du, Ravis wollte Upgrades. Ich habe gehorcht. Ich brauche sie nicht mehr. Aber echt zu delicious. Manchmal frägt man sich, was die Designer rauchen. Das ist echt... Das ist schon geil. Ja, wie das schon aussieht. Wahnsinn. Sieht aus wie so eine intergalaktische Bong. Und oben zwei Köpfe, wo man dann direkt ziehen kann. Nicht, dass ich wüsste, was es ist. Ich habe davon gelesen. Man's help oder so. Juhu, eine Bergsteigerjacke. Jetzt bin ich happy. Geiler, kühler Wind. So, ist hier noch was. Versteckt. Was wollt ihr denn? Geil wäre gewesen, wenn einer so da gesessen hätte. Einer so und einer so. Vielleicht haben sie ja. Ich habe es nur nicht gesehen. Ich bin dermaßen bereit, Gegner zu erledigen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ein Freund eines Freundes, dessen Bruder, hat dir davon erzählt. Ja, genau. Der war früher auch mal Fußballtrainer. Was? Was? Burn, baby, burn. Innere Angelegenheiten. Was kann das sein? Verstopfung. Durchfall. Fragen über Fragen. Nö, nichts versteckt. Da. Bleibt da, ich komme zu euch. Ihr Lutscher. Hörst du auf. Ich habe noch nicht unendliche Energie. Hörst du auf. Noch Fragen? Na, da war doch eben was Blödes. Da. Blö. Einfähigkeiten. Vielleicht brauchen wir die Abkürzung noch. So. Wir wollten eigentlich zu dem Gerücht hier, ne? Zu diesem, jenen welchen. Wie, wie ist das denn? Ah, guck mal. Da draußen ist ein Fahrstuhl. Können wir trotzdem mal gucken, ob wir hier, ne. Das sieht nicht so aus, als ob wir da hochgehen könnten. Was ist das denn? Was ist das? Kochtopf. Ah, vielleicht doch. Oh. Nur bringt es uns nichts. Roger, roger. Roger, roger. Roger, roger. Das klingt nach was großem, biestigem, biestmaster. Oh, guck mal, da geht's ne Tür rein. Hallo. Wum, wum. Aufhören. Komm, schieß. Okay. Okay, ist nur ne Abkürzung. Ich werde dich wenden. Da ist nix. Wat? Wie, wo? Vielleicht doch hier unten rum, ne? Wir werden nicht aufzeiten. Ich wünschte, es gäbe etwas zu tun. Noch Fragen? Oh, hier. Mein Ich. Oder Brenz? Stell dich nicht so an, Leo. Zeig mal her. Ja, Titanic. Das heilt nicht mehr. Leo DiCaprio. Tut mir leid, Schatz. Nicht dein Tag. So ist die Welt, Leo. Aber lieber begrabe ich dich hier, als zuzulassen, dass du das Abendessen von irgendjemandem wirst. Oh, das ist fies. Dann war es klar abschänden. Oder auch nicht. Da rein. Ungezähmtes Tiefland. Ja, ne? Das klang schon übel, was sie da erzählt hat. Komm, bleib hier. Komm schon, Necco. Vielleicht brauche ich dich, um da hoch zu jumpen. Ah, geht's da rein? Kann ich hier hoch? Ah, hier kann ich hier hoch. Da-dum. So, nochmal ein bisschen Tomb Raider hier. Oder Tomb Raider. Gut, reicht es? Kurzer Schocken. Ah, ja. Noch so eine Kammer. Und die Toa hat diese Meditationskammer erwähnt. Kriegst du holen? Okay. Na, dann machen wir die Kammer noch. Und dann waren es nur noch drei, glaube ich, ne? War klar, wir eben, ne? Hab ich auch schon gefragt, ob ich um die Ecke springen kann. Die Macht lehrt uns, dass die Eindrücke unserer Augen und unserer Hände nicht immer die Wahrheit der Welt abbilden. Die Welt fügt sich dem Willen der Macht. Also fügt sie sich auch euch. Mhm. Was ist mit dir? Geil. Wie im Porzellanladen. Hab ich die gerade aktiviert? Nein. Doch. Oh, oh, oh. Oh, da müssen wir... ...klettern. Alter. Nee, die gehen an, wenn ich drauf zu laufe. Okay. Bringt uns dat wat? Oh, nee. Okay. Kann ich da hinspringen? Ja, kann ich. Kann ich auch da hinspringen? Ich kann aber auch da hinspringen. Und dann haben wir es schon gelöst. Äh? So billig? Nee. Glaube ich nicht. Wieso ist da nicht offen? War da vorn schon offen? Ah. Das habe ich kaputt gemacht, ne? Indem ich da was reingeschmissen hab. Was soll ich hier? Hol der mich verkackteiern. Okay, geh mal runter. Get down. auf der anderen seite ist was werde ich da abgestoßen wenn ich da ja bestimmte alter lass noch mal hier hingehen und checken ich habe das gefühl ich muss dahin und irgendwas einzusammeln holen wir mal das teil warum wir hier sind kannst du nicht die unteren rausziehen wo man also nee nee kann ich nicht ich habe ja schon macht in beide richtungen benutzt wir haben angefangen sich zu drehen mehr allerdings nicht aber vielleicht sonst nichts aber vielleicht kann ich doch was tun und zwar so was mal an was sie abgeht ja gut ist ja egal oder haben wir noch eins das können wir rausziehen könnte es hier dran knallen und hier ist auch noch eins an hier ist er das ok ist das wieder wenn das hier ist dann ja 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 pass auf eine kiste ist dahinten da oben ist was was goldenes hast geschafft ihr müsst stark sein für die kommende aufgabe ganz schön verzweigt hier wieder um die ecke jumpen ja das geht das geht ja das ist dann die tür hier wo es dann wieder runter geht ja dann haben die kammer fertig habe ich da nicht gerade was glitzern gehört normal war es dass man da ist noch was 4 würfel kann ich bewegen da kann ich den da oben nämlich doch bewegen da wo ich dran gehangen habe kann ich doch rausziehen und da versteckt sich doch was dahinten komm doch mal raus du da vorsicht so habe ich nicht mehr trainiert seit ich ein paderwagen war sondern kann das ja nicht weg denn wir müssen wieder zurück da oben wollten wir dann eigentlich auch noch rein was wir so nicht schaffen dann müssen wir dann hier jumpen geht das hey spring in die richtung schnell 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 rückwärts ich sage nur rückwärts blind ich bin erschöpft macht weiter bald ist es vorbei die hoffnung bleibt dann haben wir hier noch ein klotz dann muss da unten muss man was sein man das war es bisschen verzählt aber hier ist noch was guck mal aha hier hinten das wäre uns ja fast entgangen dann geil oder ich absolviere diesen kurs so oft wie nötig vom bewegenden block aus hat schon geklappt ja cool jetzt haben wir aber echt alles ne jetzt ist leer im vergleich zu anderen kann man aber irgendwie ja auf jeden fall auf jeden fall gut das ist auch noch relativ am anfang des levels ich denke mal macht man die in der richtigen reihenfolge dann werden die immer schwerer also könnte gut möglich sein dass wir die schweren schon hinter uns haben und nur noch leichtere zu meistern haben darüber da wäre noch eins gewesen zur hilfe ja ja alles gut kriegen wir hin und auch noch eine kiste ich dachte das wäre der ausgang sind wir denn jetzt gelandet unter uns ist der ausgang ja geil das bitte das aber das ist was das bei du du Untertitelung des ZDF für funk, 2017